So, jetzt sitze ich hier gerade mit Wietholdt Gnaug und ein paar anderen, die gerade bei der Demo in Berlin dabei waren. Wietholdt aus Berlin auch. Und ja, sag doch mal drei Worte dazu oder auch drei Sätze, warum du Joachim Gaug unterstützt. Ja, ich halte Herrn Gaug für den besseren Kandidaten von den beiden für das Bundespräsidentenamt. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit und das wird, glaube ich, in allen Lagern wirklich anerkannt. Und ich möchte auch besonders sagen, ich selber habe auch die schwarz-gelbe Regierung mitgewählt im letzten September. Viele meiner Freunde, die auch bürgerlich in Anführungszeichen wählen, sind natürlich besorgt, was das jetzt politisch bedeutet, wenn man statt Christian Wulff Joachim Gaug zum Präsidenten wählen würde. Und da kann ich nur sagen, wir sollten hier einmal die Persönlichkeit über die Parteipolitik stellen. Ich möchte nichts gegen Herrn Wulff sagen. Er wäre auch ein möglicher Kandidat, ein möglicher Bundespräsident. Ich möchte auch nicht die Merkel-Westerwelle-Regierung stürzen. Ich möchte einfach, dass diese beeindruckende Persönlichkeit unser Land als Bundespräsident vertritt. Das ist jemand, der etwas geleistet hat in zehn Jahren nach der Wende, was auf weltweite Beachtung gefunden hat. Die Gaug-Behörde, der Umgang mit der Vergangenheit. Viele beneiden Deutschland darum. Und eine solche Persönlichkeit wäre an dieser Stelle, an dieser herausgehobenen Stelle, genau am richtigen Platz. Es gäbe noch viele andere Gründe, aber das sind schon mal ein paar wichtige. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank.